Hallo alle zusammen! Es gibt einen sehr interessanten Ort in Wien und ich finde, jeder Tourist sollte ihn besuchen. Es ist das Museumsquartier. Das Museumsquartier ist ein Areal, wo es viele Museen, Restaurants und Bars gibt. Es gehört zu den zehn größten Kulturarealen der Welt. Das ist eigentlich unglaublich, wenn man sich das genauer überlegt. Ich habe das bis vor kurzem auch nicht gewusst. Man kann dort sowohl untertags als auch in der Nacht etwas unternehmen. Untertags haben dort viele Museen geöffnet, zum Beispiel das Leopold Museum oder das Mumok. Man kann im Leopold Museum sehr berühmte Bilder sehen, unter anderem von Gustav Klimt und von Egon Schiele. In den Museen gibt es Dauerausstellungen, aber auch Wanderausstellungen. Eine Dauerausstellung ist eine Ausstellung, die immer an einem festen Ort ist. Eine Wanderausstellung wechselt regelmäßig den Ort. Im Museumsquartier kann man Kunst aller Art finden. Moderne Kunst, klassische Kunst, Malerei, grafische oder digitale Kunst oder auch Installationskunst. Die Vielfalt ist hier sehr groß. Man kann sehr oft hierher kommen, denn es gibt laufend neue Dinge anzusehen. Im Sommer ist im Museumsquartier immer viel los. Im Innenhof werden große Bänke in knalligen Farben aufgestellt, wo sich die Leute hinsetzen oder hinlegen können. Besonders viele junge Leute treffen sich gerne dort. Sie sitzen zusammen auf den Bänken, trinken Bier oder reden miteinander. Wenn das Wetter gut ist, sind immer alle Bänke besetzt. Man findet dann keinen Platz mehr. Im Innenhof gibt es noch viele kleine Restaurants, Cafés und Bars. Man kann auch draußen sitzen. Viele Leute sitzen bei gutem Wetter draußen und trinken ihren Kaffee. Die Atmosphäre ist im Museumsquartier wirklich angenehm. Früher bin ich in Wien oft spazieren gegangen. Ich bin damals auch sehr oft durch das Museumsquartier durchgegangen. Es ist einfach ein sehr interessanter Ort. Das Museumsquartier hat eigentlich mehrere Plätze oder Höfe. Diese Höfe werden durch Durchgänge verbunden. In den Durchgängen gibt es oft Werbung von Ausstellungen oder Künstlern. Diese Werbung ist oft sehr interessant gemacht. Ich bleibe dann oft im Durchgang stehen und sehe mir die Werbung genau an. Man kann auch Flyer oder Broschüren aus Papier mitnehmen. Zu Hause kann man dann diese Broschüren durchlesen. Das Museumsquartier verbindet auch sehr wichtige Orte in Wien. Auf der einen Seite liegen das Kunsthistorische und das Naturhistorische Museum. Weiter hinten kann man zum Heldenplatz und zum Volksgarten gehen. Auf der anderen Seite vom Museumsquartier beginnt die Maria-Hilfer-Straße. Das ist die wichtigste Einkaufsstraße in Österreich. Am Abend ist im Museumsquartier auch sehr viel los. Es gibt Bars und auch eine Disco. Es werden dort viele Partys und Feste veranstaltet. Ich habe früher auch ein paar Mal dort gefeiert. Ich habe dort Cocktails getrunken oder ich bin auch tanzen gegangen. Ich kann mich auch erinnern, dass ich ein paar Mal auf diesen großen Bänken gesessen bin. Damals habe ich dort chinesische Bücher gelesen. Es war Frühling, das Wetter war sehr schön und es wehte ein leichter, angenehmer Wind. Wenn ich jetzt an diese Zeit zurückdenke, bin ich sehr froh, dass ich diese Dinge gemacht habe. Es war eine wirklich schöne Zeit. Wenn ihr Lust auf das Museumsquartier bekommen habt und mehr erfahren wollt, könnt ihr auf seine Webseite gehen. Sie lautet www.mqw.at Dort könnt ihr schöne Fotos ansehen und mehr Informationen über die verschiedenen Räumlichkeiten, Ausstellungen und Veranstaltungen bekommen.